Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Season 3 hat gestartet. Wir gehen heute zusammen durch, erstmal nehme ich euch natürlich mit über den ersten Tag, was gibt es Neues und so. Und was fällt uns noch auf, versuchen die Questline durchzuspielen und vor allem die neuen Waffen, die ich unbedingt spielen will, zu bekommen. Deswegen ganz viel Spaß mit den Highlights. Ja, was ist denn das Erste, was wir machen? Ich glaube tatsächlich die Season-Questline komplett durchballern, weil gerade die letzten Missionen geben ja die geilen Items, die geilen Waffen. Und da will ich natürlich so schnell wie möglich hin. Deswegen würde ich sogar fast sagen, ich knalle natürlich Imperium-Sachen, das ist klar. Alle Manufakturen wurden natürlich wieder zurückgesetzt, das heißt, ich werde natürlich versuchen, alle Manufakturen Rote Insel wieder zu holen, das hat super geklappt. Das hier will ich natürlich alles holen, das ist klar. Ansonsten, ja, Blackwood, denke ich mal wieder, ne? So, und jetzt kann man hier kaufen, verkaufen, mit Jade teilen. Karonade, dabei hat man ja bisher immer nur die Möglichkeit, zwei Stück zu holen. Das Ganze geht nur auf zwölf Tage. Aktualisierung der Preise in einer Stunde. Okay, ich hatte im PTS ein anderes Angebot. Heißt das, das Angebot ändert sich hier ständig? Das ist ja cool. Oh lol, das ist neu, Leute. Das ist neu. Was kriegt man da? Verursachen mit Halbkönnen und Schaden. Was kriegt man denn dafür? Verdiene Silber. Seuchentilger. Schließe Festung der Pestillenz fünfmal ab. Schließe Triumphales Unheil fünfmal ab. Aber was kriegt man dafür? Abzeichen kriegt man dafür. Ah, Abzeichen kriegt man dafür. Das sieht sehr cool aus, das Abzeichen. Benutze zwanzigmal Schnitterversteck. Okay. Also die ersten Questdinger hatte ich ja schon in einem anderen Video von PTS gezeigt. Deswegen werde ich die ersten Quests erstmal so ein bisschen überfliegen. Ich mache jetzt gerade die erste. Ähm, ich denke mal, spannend wird es dann am Ende, wenn ich von Rama da weitermache. Das heißt, ähm, da geht es dann mit den Questlines erstmal weiter. Wer die alten, wer die ersten Questlines sehen will, kann sich einfach mal in alten Videos nochmal reinziehen. Interagieren. So, Verbesserungen. Äh, das bleibt, das ist cool. Erhöhe ich die maximale Einzahlung von 500 Besitz. Das brauche ich natürlich auf jeden Fall. Also das hier brauche ich komplett in Imperiumsverwaltung, glaube ich, oder? 1000, oh, das wird schon teuer. 1600, das wird schon teuer. Aber ich glaube, ich brauche nicht alles. Ganz am Ende, 74 brauche ich nicht. Die Kapazität des zugewiesenen Schiffs wird um 20% erhöht. Das ist neu, oder? Alter, 6000, das wird teuer. Alter, das ist voll teuer. Vollständige Territorien geben neuerdings einen stündlichen Silberbonus. Was heißt das? Gibt stündlich 500 Silberbonus. Stimmt, oben links. Oben links kann man es sehen. 500 Silber pro Stunde und 183 Achtermünzen pro Stunde. Übrigens, Drops müssten auch aktiv sein. Das heißt, wenn ihr zuschaut, kriegt ihr wieder verschiedene Goodies umsonst. Deswegen verbindet euren Ubisoft-Account mit eurem Twitch-Account. Dann könnt ihr noch ein paar Cosmetics bekommen. Ah, guck mal hier. Nächste Episode verfügbar am 3. September? Clown der Gelassenheit. Warte mal. Es geht mit der Season-Quest dann erst weiter am 3. September. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit, alle neuen Waffen mir jetzt schon sofort anzugucken. Deswegen ging die Mission auch nicht im RTS weiter. Ich bin genauso weit wie im RTS jetzt. Und jetzt geht es erst am 3. September weiter. Ich kann mit der Story jetzt nicht weitermachen. Was mache ich denn jetzt? Season aufteilen ist gar nicht geil. Ja, ich fühle es gerade auch überhaupt gar nicht. Wofür die meinen, die Waffe Tor zur Hölle? Die ziehen das jetzt von Woche zu Woche. Ja, um die Spielerzahl immer wieder zu pushen. Immer wieder zu pushen. Damit Leute halt nicht in zwei Tagen alles durchspielen und dann nicht mehr online kommen. Ich kann das schon verstehen. Aber mit den Events konnte ich das voll nachvollziehen. Aber die Questline? Und vor allen Dingen 3. September. Das ist ja jetzt nicht so nächste Woche. Das ist erst in zwei Wochen. Waffe kann erworben werden durch geweihter Grabstein in Sankt An. Hm. Da gehen wir gleich mal hin. 10% des Schadens, den diese Waffe verursacht, stellen den Rumpfzustand wieder her. Genau, die würde ich auf jeden Fall haben. Sehr cool. Und es ist eine Brandwaffe. Könnte man auch richtig cool auf der Sambuke spielen. Nein, solange man noch nicht das himmlische Mandat hat. Ne, ne, ich meinte Halbkanone. Das hier meinte ich. Solange man das hier noch nicht hat, könnte man das auf jeden Fall spielen. Guck ich mir gleich mal an. Tor zur Hölle. Zwei Wochen zu lang. Ja. Also auch mal die Frage an die Leute auf YouTube. Wie findet ihr das, dass eine Questline so zerstückelt wird? Und ich hoffe, dass man am 3. September alle spielen kann. Wenn man am 3. September nur den zweiten Teil spielen kann. Von drei Teilen oder vier Teilen oder was weiß ich, wie oft sie das gestückelt haben. Also das finde ich gar nicht gut. Für alle, die sich jetzt auf den heutigen Tag, die Season, habe ich jetzt die zwei Aufgaben, die ich da gemacht habe, habe ich durchgezogen in 20 Minuten oder so. Finde ich gar nicht gut. Also großer, großer, großer Kritikpunkt. Also dass sie verschiedene Events machen. Dann da mal das Monster, da mal die Regatta und da mal das und blau und blub in den Season Aufgaben. Das ist vollkommen okay. Aber die Questline, das fühle ich gar nicht. Und die Frage ist, machen sie das, um die Spielerzahl hochzuhalten? Machen sie das, weil sie noch nicht fertig sind? Das wäre ganz böse. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, finde ich gar nicht gut. Hat einen ganz bitteren Beigeschmack. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es gar nicht gut. Wegen dieser Vampirwaffe. Die gibt es ja wohl irgendwo in St. An und in St. An bei einem Grabstein. Ich weiß, dass oben bei St. An der Friedhof ist. Ich gehe immer stark davon aus, dass es einfach dort ist. Deswegen gehen wir mal da hin. Und das wäre das erste Mal, muss ich tatsächlich sagen, wo... Na, vielleicht das zweite Mal. In Season 2 gab es das auch schon mal ganz kurz bei den Huback-Zwillingen, wo du zu denen gehen musstest, zu deren Festungen. Aber hier wäre es jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwo auf der Insel hingehen muss, um... Okay, hier ist nix. Es ist bestimmt ein Halloween-Event. Stimmt! Sie haben doch gesagt, dass es ein Halloween-Event gibt. Am 31. Oktober. Das dauert ja noch Ewigkeiten. Sollte hier noch irgendwas Spannendes an Erkenntnissen kommen, dann leistet ihr euch wissen. Ich bin es nochmal aus dem Schnitt. Es gibt zwei Dinge, die ich euch nach dem Stream noch zeigen möchte. Das ist einmal ganz wichtig. Das ist relativ schnell abgefrühstückt. Wenn ihr hier im Ruder-Universum auf der Karte seid, dann könnt ihr jetzt bei jedem Gebiet so einen Bonus sehen. Hier zum Beispiel Autosammlung. Hier zum Beispiel erhöhte Schnupftabak-Produktionsrate. Und jedes Gebiet, 18, 19 Stück oder so gibt es, hat seinen eigenen Perk. Das ist neu mit drin. Und ganz cool ist, es gibt manche, die haben dieses Autosammeln drin. Das bedeutet, hier braucht ihr keine Fleetmanagement zu nutzen. Das heißt hier, diese Manufaktur hat aktuell kein Schiff zugewiesen. Und was ich jetzt aber trotzdem machen kann, ist hier einfach Profit zu sammeln. Das Ganze kostet 5%. Das heißt, von dem, was ihr jetzt bekommt, müsst ihr 5% abdrücken. Aber dafür kann ich jetzt einfach hier sagen, sammle Profit, 252 gedrückt halten. Und dann wird mir das einfach gut geschrieben, ohne dass ich hier Management-Fleet drin habe. Davon gibt es einige Gebiete. Ich meine, es gibt 5. Einmal hier Rote Insel, dann hier in Afrika und hier in Indien, hier in Indien und hier in Indien. Da könnt ihr einfach mal abchecken, was es sonst noch so gibt. Und dann noch eine ganz wichtige Sache bezüglich des Halloween-Events und so weiter. Wenn ihr auf Start drückt und dann hier auf diesen Saison-Kalender geht, da könnt ihr euch schon mal anschauen, wann was stattfindet. Da haben wir jetzt gerade den 22. Das heißt, hier einmal Li Tian, dann der Boss, dann Episode 1, das sind die ersten paar Missionen. Und Schlund des Todes, das ist Lestari und Samarebo, beziehungsweise Kuarebo. Und da könnt ihr hier schon mal durchschauen, wann was kommt. Und was ich meinte mit dem Halloween-Event, das kommt leider erst am 22. Oktober und dort sieht er es auch. Dort bekommt man diese coole Waffe, die ich gerne haben möchte. Und auch hier seht ihr, wann die nächsten Episoden und so weiter kommen. Episode 2 kommt am 3. September, Episode 3 kommt am 17. September. Und so werden die Missionen gestückelt. Ich kann euch daher gar nicht sagen, wann die Missionen alle zu Ende sind. Es kann gut möglich sein, dass es sogar bis hier ganz zum Ende geht. Aber ja, zumindestens mal am 3. September gibt es die zweite Episode. Und dann auch endlich die Schattenbestie. Und irgendwas mit Phoenix Schwimm Weltupdate. Da wird es ja nochmal was hier auf dem Kanal geben. Das wollte ich euch einfach noch mitteilen. Ich würde mich natürlich wie immer beim Follow freuen. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.